Da wurde doch was aufgesammelt. Natürlich nicht mein Charakter. Wer hat denn das Ding? Ach, ich habe es tatsächlich. Ah ja. Mit Haste. Hier kommt ein neuer Part. In Redals geht es drei. In Dark Lodge. Hier bin ich Geld. Hier bin ich Geld. Nehmen wir noch ein bisschen Loot mit. Zum Geld. Okay, jetzt können wir gebrauchen. Nicht das war dann wieder, wenn jemand stirbt. Und nicht immer die 200 zusammen haben. Um den Part wieder zu beleben. So, hier muss ich mal speichern. Ja. 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 Das Artefakt. Gib es mir. Das Artefakt herausholen. Wenn ich sie euch gebe, was bekomme ich dafür? Waffe, was ist das für eine? Ja. 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 Du hast wirklich ganz然後� Fury. Du bist nicht wirklichеля CPR-Diesign bist. aber du hast nicht falsch sabia, was es braucht, die Protection存 대한 kommt. Als die Grandes LegЙ Algorithmus als die Elthida Earths wird erzeit der Erdw�민ces SHEin. Das ist der große Plan. 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 Oh, wow. Ah, der letzte Save ist ein bisschen... Ich werde es nicht nochmal neu laden müssen vom letzten Save-Point. Das ist ein bisschen... Ah, vielleicht kann ich hier speichern. Wir würden gehen was ausprobieren. Und dann machen wir es nochmal richtig. Und überwältigend stolz, herrutschlocken, niederkniehen. Die Hochhormone auf A aufrichten. Du kennst es in Sachen Ungerechtigkeit mit dir aufnehmen. Mit genauer Seite, hübschwirken, niederkniehen. Du bekommst das, was uns ist. Aber bist du Freund? Oder bist du Thief? Ich habe es nicht gestohlen. Es hat sie mich gefunden. Freund, ich bin hier um euch zurückzugeben, um es euch zurückzugeben. Wieder noch. Ich möchte mich von meiner Narve gefallen lassen. Ist das wichtig? Ich habe es euch zurückgebracht. Euch. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Es ist mein. Ich habe nichts gestohlen. Schattenherz dagegen. Na gut, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe es ja nicht. Ich habe es nicht. Ich werde es nicht. Es wird uns geholfen. Das Erwin von etwas ist. Du wirst nichts wissen, was du betrugst. Du wirst nichts wissen. Das Prism astral. Es ist verletzend. Es ist ein Teil. Es gibt jemanden im Mitteln. Their mind is warped, broken of blood They are an agent of the Grand Design Sent to sabotage the Astral Prism Our last defense against the return of the Illithid Empire As long as they live, the prison is compromised Find the one inside and kill them Be aware They are not alone and they will appeal to your trust They are not to be believed You must accept, refuse and know my fury You will protect me from the Absolute I wish you my help I will kill this person by myself I thought they were more powerful Never work I do not work for the Piran I will try to think and know my thoughts Okay Back then the decision was very okay for this man As if I can think and know my thoughts Behind the veil of the God Queen's outer thoughts Death Fear Paranoia She fears the one inside the artifact more than anything in the world But she's hiding something The veil snaps back Blackith's mind shut out to you forever Never work for you taref Perhaps I missed out You would never quote about a god and cry Would you? Du? Blaspheming tongue! Du wirst die Gottheit sehen! Ich wirst dir zu Ende! Ja, ich würde es mal versuchen. Wenn man gegen eine Gottheit repariert. Behind the veil of the god queen's outer thoughts. Death, fear, chief fear is the one. The veil snaps back. Blasphemes mind shut out to you forever. Ich brenne ein bisschen. Du bist geliebt! Ich werde ich gebeten! Use die Flanekaster's power in der Prisby. Bewaren der creature's lying tongue. Cut es aus, wenn du musst. Okay, wir brennen nicht mehr. Die Demn der psionischen Rache. Wenn ein Rettungswurf gelingt, erleidet der Gegner, der diesen Wurf verursacht, 1 bis 4 psychischen Schaden. Die Flanke erhalten zudem ein Bonus von 1 bis 1 Rettungswurf Intelligenz. Ja, da muss ich ein besseres, enger Schlaf. Flanke Schmerz. Nimm mal das Essen mit. Wie ist das bei ihr? Das hat man nicht eine andere Sache schon aufgesetzt. Das war das Schwert. Ne, 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 jetzt 50%. Hm. Das ist halt schon well. Ne, 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 ne. Das würde ich ganz gerne aufsetzen, da muss ich erstmal schwere Rüstungen leveln. Schütz den Trigger vor kritischen Treffern. Das wäre jetzt schon sehr schön. Immer kritische Treffer mit dem Schwert und vor kritischen Treffern geschützt ist schon. Synergie. Wenn du einen Zustand bewirkst, dann hättest du zwei Runden lange Arcane Synergie. Was zu verkaufen, eher würde ich sagen. Was zu verkaufen, eher würde ich sagen. Hier wir gehen. Ebenenwirker. Don't do it! Das ist treibriges mal richtig betreten. Seltsame Kanalisierung bei Konzentrieren auf einen Zauberwirken. Irgendwann zusätzlich psychisch sterben. Das wäre mal was für... Astarium. Versuch mal was. Ich freue mich doch das Schicksal zu sehr nach uns. Ah, wo sind wir denn? Ja. Ich freue mich nicht. Ich liebe Sie die ganze Zeit. Ein starkes Flugzeug. Es ist ziemlich schön. Es sind gefährliche Dinge oft. Es ist besser als nichts. Es ist besser als ein Stück. Es wird nicht kursiert. Es ist besser als ein Stück. Es ist besser als ein Stück. Wir sprechen im privaten. Nur die zwei von uns. Segen Sie sich. Aber nur der Liede der Gruppe kommt. Ich werde nicht mehr jemanden geben. Das ist alles. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, in dir zu glauben. Ich habe gesagt, dass du weg von den Githyanki bist. Aber du kannst dir einfach nicht helfen. Kannst du? Und jetzt? Du bist hier gekommen, um mich zu töten. Für mich. Es stimmt. Macht euch bereit zu sterben. Und denken immer alle, dass ich sie umbringen will. Ich will nur reden. Und von Vlackith seid ihr eine Agentin des großen Planes. Ich fehlt ihn. Ich habe gesagt, ich habe das Artefakt von jemandem. Ich habe das Artefakt von jemandem. Ich habe ihn von Vlackith. Seitdem, sie hat sich... ...desperate. Vlackith will mich sterben, weil ich sie wissen. Es ist so großartig, dass wenn sie ihre Leute einmal herausfinden, das wäre das Ende ihrer Reine. Das Ende ihrer. Das gleiche Geheimnis ist wie ich dich aus dem Absoluten. Ich verstehe deine Gedanken. Du denkst, ich bin lieb. Vlackith warnst du, dass ich dich versuchte. Aber das ist, was ich dich versuchte? Ich möchte das gleiche als du. Freiheit. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin seit dem sehr Anfang. Es steht auch, ihr werdet heute nicht sterben. Die Flakith soll verdammt sein. Wenn sie auch tot wäre, soll sie... soll sie euch selbst töten. Das ist ein Trick sein. Meine Brüte hat mir bevor, ihr euch zu töten. Ihr müsst sterben. Und was dann? Ich müsste nur was machen, aber... Was hat mir gesagt, dass ich dich beschleunigst habe? Wenn du es nicht genug gibt, dann was noch mehr zu sagen. Ich bin wieder zu sagen. dass ich dich schuldigst. Ich habe dich beschleunigst. Ich habe dich schon gesagt. Ich bin sicher. Ich bin sicher. wie kannst du uns auch vor flaket schützen wenn ihr so gefährlich seid, warum hat sie euch dann noch nicht getötet, Vlachith ist in den Göttern, was könnt ihr denn wissen, was den Untergang ihres Reiches herbeiführt und die Königin Flayer Empire, in truth, sie weiß nichts wenn die Illithid Empire immer wieder zurückgekehrt, sie würde sie nicht behalten, und wenn ihre Leute herausgefunden haben, es würde mutiny, revolutionen, die Ende ihrer Regierung aber das sehr Macht, das Macht, das Macht zu resisten Illithid Kontrolle, das Vlachith nur präsentiert ist, ist wie ich euch schützt. Ich glaube, sie hat es gehofft, es aus meinem Körper zu erheben seitdem ihr mir das Macht gebrochen habt, wird sie für euch kommen Soll ich, äh, soll sie es versuchen? Ich beschütze meinen Verbündeten es ist ein Problem Hätte euch töten sollen, was ist das für eine Macht? Ich habe dich warnen, nicht hier zu kommen Aber dieser kuriosen Streik von dir hat uns so weit gebracht Ich glaube, dass ihr das auch verletzt wird Ich habe lange genug gedauert Der nächste Ateck ist übergegangen und ich kann nicht riskieren, dass ihr in der Mitte es in der Mitte Ich brauche dich draußen, nach der Absolut Du bist auf der richtige Weg, zu Moonrise Towers zurück zu ihm Ich hoffe, dass ihr bereit ist, um die Vlachith zu retten Die gesamte Kreche steht bereit, um dich in ihrem Namen zu töten Ich weiß, dass sie uns nicht töten Wir haben ein Problem mit mit diesem Wunschzauber Ich bin glücklich, dass du zu deinen Szenen gekommen bist Jetzt bleib, bevor die anderen für uns kommen Die anderen sind nicht das Problem, aber Sie selbst Mit ihrem Du bist sauber Du bist sauber Was ist hier drin? Wir haben nur wieder im Zielbereich Ok Staron Sand Schum Kann der Schallschaden, Blitzschaden? Oder Leisenden Schaden? Eher nicht so Leisend wir gehen mal mit dann schlachten wir auf dem Weg nach draußen woanders ab und den Segen haben wir und wo der Kasteig unterliegen werden ich meine das hatten wir eh vor abzuschlachten haben wir auch schon teilweise so wie es ausschaut vielleicht können wir bei dem Händler noch ein bisschen was verkaufen oder auch nicht kann man den guten den wir gebraucht haben Quartiermeister ah der schöne Speer hier die Waffe ein brandweilig schwach kann man dann verkaufen sehr schön deswegen bin ich gekommen salgone ist unklappt Nicht schlecht. Was ist das Problem, dass wir so weit hinten stehen? Ich weiß nicht, dass eins daran abgeschlachtet wird. Ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen. Ich muss erst mal das Schwert aufgeben, sonst wird das nichts. Mit dem Schwert ist es immer gleich besser. Hm. Da haben wir gelegt. Gerade die Fernkampf-Anwürfe sind echt mächtig. Gut für die Verlegung. 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 noch zum zusätzlichen angriff sehr schön verwandung zum ersten grad Nein. Vielleicht ein bisschen, äh... Stadtenherz. Warum verwechsel ich die jetzt immer? Die Dunstträume habe ich nie gebraucht. Die Schwachstellen des Gegners auf, er wird durch Hieb und Stich und Fruchtschein verwundbar. Wow. Wichtiges Ding. Wichtiges Ding. Gift von den Gift. Und was haben wir denn? Hier müssen wir wieder nach Gewicht sortieren. An das Ei. Müssen wir dann mal aushändeln. Schauen wir mal, wo wir fährst dabei aus. Ding ist gewandt in Petron. Schattenhose. Das ist doch was für... Sie. Finde ich immer beunruhend, dass da... Dass da nur, dass das nur eine Hose ist. Und jetzt noch weitere Flankkrieger. Wie sieht das gut aus, ist das? Ein hübscher Trank. Nein, im Moment ist wirklich zugeklumpt. Ich habe noch etwas in der Armbrust. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Ich muss mal einen langen Rast machen. Relativ dringend. Ein bisschen vor dem nächsten Kampf. Und so wird das nichts. Let's see. Ja. Ja. . . . . . . . Das sieht gut aus. Das ist gut. Was ist auf deinem Kopf? Das ist gut. So schnell wie möglich. Was, was haltet ihr davon, was aus dem Truinen hängen geworden ist? So war das gleiche. Wenn wir nicht die Goblins-Leader töten, hätten sie das Groove in Aschen geändert. Wir hatten ziemlich eine Schuld, ich glaube. Keine Entschuldigung, um auf unseren Laurel zu bleiben. Wir haben immer noch unsere eigenen Probleme, die sich mit zu verhindern. Auf einer Seite... Ich habe nie erwartet, Cereomorphosis zu werden. Unsere Chancen stehen nicht gut. Ich denke, wir sollten diese Kräfte reduzieren. Es sind einfach zu viele Unklarer, um es zu riskieren. Wow. Vielleicht... Vielleicht hast du einen Punkt. Okay. Lass uns diese Kräfte aussehen, dann. Ich hoffe, dass wir es nicht kommen, um es zu verhindern. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Es gibt ein unverteiltes Rapport. Und trotzdem haben wir uns nicht Zeit für uns. Zeit allein. Ich bin bereit, einen Umblick zu machen. Wohin in die Wildnis. Ich bin bereit, einen Umblick zu machen. Wohin in die Wildnis. Ich weiß nicht, dass wir hier gekommen sind. Das sollte schön machen. Es wird den Weg zurückgegeben. Ich versuche. Wir können in eurem Zeit gehen. Aber... Lass uns vorsichtig sein, dass wir nicht zu weit nachwachen. Ich würde mich nicht zu verhindern, weil wir unsere Chance missen, weil die Erinnerungen eine Rolle genommen haben. Aha. Ah. Hier wird jetzt... Schattenherz, wo du meinst. Interessant. Erstmal müssen wir uns zu unserem Weg hier rauskämpfen. Es gibt etwas, was ich mit dir wollte. Jetzt ist ein guter Zeit. Erzählt mir freiwillig von euch. Geht es euch nicht gut? Es gibt seine Nerven. Es ist schwierig zu Worten. Ich denke, es könnte einfacher sein, euch zu zeigen. Uscht den Tadpole. Die Verbindung. Kommt in meine Gedanken. Das hatte ich noch nicht. Ich bin sicher. Ich vertraue dir. Wie ich kam, zu sein, wer ich bin. Wie... habe ich meinen Weg gefunden, zu Frau Shah's Embrace. Ich glaube, ich habe das schon gesehen, aber... das können wir noch mal machen. Ich... Ich... Ich erinnere mich nicht, wie es angefangen hat. Nur, wie es endete. Ich war fliehen. Ja, ich glaube, das haben wir gesehen. Und auch schönes noch mal zu sehen. Ich bin hier. In... Musik She asked my name Can't remember what I said Can't remember anything before those words All I know is she saved my life And gave me a new home With Lady Sha It hurts That's all I remember It's a wonder that you have felt that you have the feeling of your guilty life Thank you that you told me about it, it was certainly not bad Lady Sha But yes Her And those who saved me And taught me her ways The mother superior She made me who I am At least as best as I can remember She taught me Trained me Punished me when I failed her Which was often Perhaps I was She sent me on this mission after all What was I have to ask you When I pass my house I will not You have to ask me I am I am I am I am Das ist so gescheuert. Wir haben jetzt einen Zug verbraucht. Fantastisch. Plus viel Geschwindigkeit. Sehr schön. Die anderen sind hier eigentlich hinter dieser Tür sicher. Aber wir auch nicht. Ich muss die Tür aufmachen. Oder auch nichts. Ok. Sie kommt rein. Er hat uns... Jetzt muss ich da mal hin. Sie schicke ich mal hier hoch. Sie schicke ich mal hier hoch. Sie haben sich Waffe verloren oder was? Die Kakophonie. Die Kakophonie. Die Kakophonie. Der pariert ganz gut. Der Schuss abwehren. Die Kakophonie. Sie sind ein Schuss. Ist das eine Erklärung? Das ist so viele Schläge geworden. Er nimmt gute Waffen wie er eingangt. Oh je. Ich verspielt das nicht. Oh scheiße. Ich ziehe aus der Sichtweite. Ah schade. Mal. Oh. 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 ja nicht schlecht müssen wir mal das Gitterbewerb machen ich habe die Gitterbewerb ich habe die Gitterbewerb ich habe die Gitterbewerb ich habe den Schuss ich habe den Schuss sehr viel Da geht es doch nur. Wow. Aus dem Gehen getardelt. Schicksal ist nur mit den Meisters. Wow. Ok, aber jetzt ist es geschafft. Bonis haben wir gelesen. Das ist sehr gut. Nehmen wir die Reichweite. Ist sie zu weit entfernt. Schade. Ein Schattenherz hier. Einmal ein Greifen. Ach pfff. Wie reicht das hier? Und einmal löpen. Oh, eben zu schwer. Auch schade. Ach, da oben ist keiner. Nichts ist gut. Hey, Trinker. Ich wollte nie den einfachen Ball. Hier scheint es nichts zu geben. Ein Sieberkeich. Ja. Den kann man schön verkaufen. Bleib ich noch einen Platz frei. Ich habe bisher unverzauberte Ringe dabei. Wenn du mit einem Zaubertricks Schaden befürchtest, erhäst du zwei Züge lang an keine Synergie. Ich meine, ich habe Zaubertricks. Zaubertricks. No traps, please. Das war das, was wir da gerade aufgehoben haben. Die gesaut in den Betrachter Augen stehen. Okay. Okay. Na, fantastisch. Okay. Immer schön verteilen, dass es hier gibt. Was sind noch Leute? Wir können am Leben lassen. Das wäre ja schade. Wenn wir mal den Kampf auslassen würden. Wir müssen weitergehen. Mal sehen, was das macht. Nehmen wir noch ein paar Gämpfer. Einmal rein hier. Ich könnte meine Waffe ausrüsten. Ach, schade. Ach, schade. Ein Talanmessung. Es gibt viel Loot hier mitzunehmen bei den... ...und wie fährt die? Wo wir die besiegen. Oh nein. Wir haben ein interessantes Zeug bei sich. Wir haben sich hier wirklich... Wir haben sich hier wirklich... ...zuziehen. Weitere Halt. Wir haben einen Blick auf den Weg nachdem. Wir haben diesen Schiff. Das ist der wichtigste, was aussieht. So viel für Frieden. Das ist der beste Weg. Er ist auf die Kriegsausbilder. Er ist durch meine Hand, Ishtarck. Wow. So. So wenig. 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 Ich stehe hier mitten im Mobbing-Price. Fantastisch. Das war eine dumme Aktion. Wir müssen weitergehen. Hier, hier! Und warum kriege ich mit jemandem da? Wir gehen über die Hände. Wichtig. Nein, nicht so clever. Das war einer weg. Nächster. Was ist denn das mit dem Tittenfisch dort? Was ist denn das mit dem Weg? Ich muss ihn. Es ist gut. Es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. Ah ja, natürlich. Ach was so ist. Wir müssen bald die feiern. Und jetzt dich. Nichts dabei. Auch nichts mit dem Ausbilder doch. Wollen wir den abgelegt? Pff, der hat auch noch daran gewusst. Das war dafür, dass die uns nicht trainieren haben lassen. Jetzt versucht habe, als ich gegen die Gruppe beschlagen wollte. Nächstes darf ich nicht. Das drinnen haben wir schon aufgegriffen. Und dann gibt es hier noch was. Das ist schade. hier drüben sollten wir schon aufgeräumt haben hier waren wir schon, hier haben wir ja auch schon gekämpft, die Kartenstation und dort waren wir eben also hier müsste alles aufgeräumt sein hier kommen wir ja her, da sehen wir auch schon ein paar Tote und verlassen wir mal diesen Tempel nicht gut wie die Toten auch ab und zu mal wieder neu umfallen um den Raum nochmal betreten dann weg hier wo Flak jetzt sieht, was wir hier hinterlassen haben ist hier noch hier raus nur um, wo wir noch reingekommen sind hier raus hier raus hier raus hier raus hier raus Jetzt ziehen wir um die Wege. Nee, das scheint schon ... ... lang zu gehen. Ich will hier noch jemand reden. Ach so, das ist die Statue. Vielleicht können wir im nächsten Fall noch mal versuchen, wieder aufs Dach zu kommen. Scheint sich irgendwo so eine Lanze zu geben. Die, wie ich vermute, auf einem Dach ist. Ich glaube, die Partlinie ist noch gleich erreicht. Hier waren wir schon da jetzt nicht weiter. Geht's hier irgendwo lang? Hier könnte es lang gehen drumherum. Wie kommen wir da hin? Wenn wir hier durchs Fenster gehen würden, gibt's Ranken nach oben. Ich hab die Raum im Plan. Ach, hier geht's noch weiter. Nein. Wie lang? Ähm. Wäre schade, wenn wir das zuglassen würden. Wäre schade, wenn wir das zuglassen würden. Und wieder überleben. Okay. Und weiter hoch noch. Wir sind schon ziemlich weit oben auf. Hier will ich hin. Wenn das irgendwie geht. Es geht. Spannend, wo die lang gehen. Oh, hier geht's hoch. Schrank hab ich nicht gesehen. Gut, dann würde ich mal sagen, das gibt's dann mal im nächsten Part. Ein riesen Adler. Okay, das wird spannend. Da sind wir hier noch nicht fertig. Weiter gibt's den nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.